Shankaran Pillai wollte Fallschirmspringen lernen. Er ist also im Begriff zu springen und der Lehrer sagte, wenn ich das sage, ziehst du eine Leine, nur eine Leine, es gibt keine Ersatzleine, nur eine Leine. Also fragte Shankaran Pillai, angenommen er öffnet sich nicht der Fallschirm, wie viel Zeit habe ich? Der Lehrer sagte, nur dein ganzes Leben lang. Dein ganzes Leben, das ist die Natur des Lebens. Dein ganzes Leben ist jetzt. Du musst jetzt atmen. Du musst heute essen. Du musst heute Wasser trinken. Du kannst nicht von den Dingen von gestern leben, nicht wahr?